Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Endergames mit dabei ist heute wieder der liebe Kosova und zwar der da hinten, der herzliche da, nicht Spaß. Auf jeden Fall Leute, haben wir heute ein paar Sachen anzusprechen und ja wir sind keine Premiums mehr wie ihr seht, keine schönen Namen mehr, sondern nur noch solche eklig grünen blauen, äh grünen Namen. Tut mir leid für die Non-Premiums, also tut mir leid für die Non-Premiums, tut mir leid, nee Spaß. Also ich mag die Non-Premiums genauso wie die Premiums, hat ja nichts damit zu tun, nur ich mag die Non-Premiums nicht, die immer sagen, Premiums sind scheiße und ja und nicht checken, dass die Premium-Spieler damit den Server in irgendeiner Weise auch unterstützen, weil ohne Premium-Spieler würde es wahrscheinlich diesen Server hier auch gar nicht geben. Aber das ist nicht das Thema. Genau, aber das ist nicht das Thema von heute, denn Leute, das Thema von heute ist, dass ich mir ganz gerne einen eigenen City-Build-Server machen würde. Wir sind auch schon dabei, haben so einen 4-Slot-Server derzeit von Nitrado und wirken an dem jetzt gerade so ein bisschen. Wer sich jetzt fragt, wieso nur 4 Slots? Aus dem Grund, da wir einfach nur testen wollen, ja. Wir wollen den Server einfach schon mal so ein bisschen aufbauen. Die Slots kann man ja im Nachhinein noch viel mehr erweitern, aber ich möchte jetzt einfach mal testen, wie das Ganze hier so läuft. Das Problem ist, ich kenne mich zwar ein bisschen aus, aber ich bin jetzt da auch kein Profi darin, in irgendwelchen Programmen was zu schreiben. Achtung, ich bin bei dir in der Nähe, ne? Also ich... Hey, bist du das Huhn? Ich bin auch das Huhn, hallo? Hallo? Du musst schon was sagen. Schon geil, gell? Ja, 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 ja. Hallo? Komm. Hallo? Weißt du was? Komm, wir graben uns da jetzt runter. Oh Mann, ich schuldige dir deine Super-Test-blablabla. Doch. Das wird cool. Oh Mann. Das wird richtig cool. Ja, ich töte das Huhn hier. Und dann kommt wieder einer von oben und töte uns beide. Ne, ne, einfach schön sneaken. Lol, es ist einfach so OP. Der wird sich denken, der ist... Scheiße. Ja, ich habe ihn getötet. Okay, gut. Scheiße, ich muss... Ich muss aufpassen jetzt, weil da oben kommt wer. Komm her! Ich werde ihn töten. Nein! Oh, ich wurde geportet! Oh, danke, danke, danke. Zum Glück, ey, ich wäre jetzt tot. Hast du? Boah, ich habe ein Schaf getötet jetzt. Ja, du bist bei mir in der Nähe, gell? Ähm, nein, von Mirko, von... von... von irgendeinem komischen Mirko. Ich habe Angst. Du bist mir aber. Du bist 40 blöckig von mir entfernt. 40 blöckig? 60. Warte, ich komme jetzt nochmal zu dir. Ja, jetzt bist du 40. 30. Da, ich glaube, du stehst da am Feld. Da, scheiße! Ah, du warst es. Okay, ich habe jemanden getötet. Hallo, brauchst du Eisenschwert? Ähm, ne, ich habe ein Dierschwert. Danke. Okay, gut, ich auch. Okay, ich muss mir da jetzt ganz schnell... Was tolles craften. Brauchst du Diamanten? Ich habe einen. Achso, okay. Aber ich habe schon Diamantschwert. Achso, okay. Gut, gut, gut. So, schnell Erfahrung hier, dann schnell... Und grab mir und ein, grab mir und ein. Ja, grab du schon mal das Loch. Ja. So, was könnte ich mir denn, ähm, Enderperlen... Ähm, Enderperlen... Okay, ich muss jetzt auch stressen, aber er ist unten. Okay, habe ihn, habe ihn, habe ihn tot. Boah, der hat Wasser gesetzt. Oh nee, jetzt habe ich den goldenen Apfel hier nicht mehr bekommen. Das ist natürlich schade. Auf jeden Fall, Leute, wollten wir einfach nur ansprechen, wenn jemand von euch da Erfahrung hat und, ähm, also mit solchen Servern, dann möge er sich bitte bei mir melden. Am besten entweder auf Twitter, Facebook oder ihr, ähm, schreibt mir eine private Nachricht. Das geht bei mir nämlich auch immer echt klar. Und da würde ich mich echt sehr freuen, weil, wenn mir da jemand helfen würde, ihr seid ja die Süßen. Ihr seid so süß und helft mir. Ich habe vergessen, dass wir gerade ein Video aufnehmen. Ja. Wie geredet. Ja, ja, ja. Das ist nicht so gut, ne? Das ist nicht so gut. Ich glaube, ich muss dich da echt mal herpeitschen. Oh, ein Huhn. Natürlich möchte ich dann lieber das Huhn sein, ist natürlich kleiner. Und ich finde, das Chameleon-Kid hat einfach so viele Vorteile, denn erstens als Huhn kann man dich nicht so gut treffen mit einem Bogen. Ich sterbe, glaube ich, jetzt. Dann ist dein... Nein, 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 du stirbst nicht. Nein, komm. Ja, ich wurde getauscht. Geil. Ähm. Gut. Okay, den hätten wir dann auch. Oh, ich habe mein Diaschwert weggeworfen. Das ist nicht so geil. Okay, ich brauche... Okay, gut. Den Apfel habe ich. Ich wollte eigentlich auch nur den Apfel haben, Leute, denn... Wisst ihr, warum ich den Apfel haben wollte? Weil ich mag Äpfel... Nein, ich habe den Apfel natürlich nur genommen, damit ich mir nachher einen goldenen Apfel machen kann. Okay, ich renne von der Person jetzt... Oh, es leben nur noch wir drei. Das ist natürlich ziemlich cool, denn ich würde echt mal feiern... Ja, der Typ ist ziemlich krass ausgerüstet und der ist bei mir. Er hat Full Iron plus dir, Helmut. Ich glaube, ich... Ja, ich habe... Oh, ich habe gar keine... Und der ist kein Gerutscheiß. Tauschen, tauschen, bitte. Nein. Okay, so. Ähm. Oh, ich wurde getauscht. Nein, Alter, Alter, das ist jetzt richtig asozial. Wurde so getötet. Oh, ich habe ihn, ich habe ihn getötet. Alter. Was? Ich habe ihn richtig weggekombot wie so ein Schwein. Krass. Endlich mal wieder Finale zwischen uns, ja. Aber... Was zum Teufel, was war das jetzt? Ich habe ihm richtig gegeben. Ich habe ihn angegriffen und war angehittet am Anfang. Bin weggerannt, habe ich nochmal so richtig umgedreht wie so ein Motherfucker. Und dann habe ich den einfach gefickt. Dann habe ich den einfach gefickt. Das kann es nicht sein. Ich glaube, Karim ist da. Ja, warte einfach ganz kurz, okay? Oh, scheiße, ich habe das Pferd verbrannt, ne? Warte, aber noch nicht. Wir machen fair, okay? Also... Ja, sicher, weil... Schau dir mal meine Ausrüstung an. Warte, warte. Ich boxe dich einmal mit der Hand. Achso. Oh, okay. Ähm, warte, dann kann ich dir noch ein bisschen Eisen geben, wenn du möchtest, hier. Ich habe den... Okay, Leute, er ist jetzt... Los, komm, los, los. Nein, warte, warte. Hallo, noch nicht, okay? Ich muss doch eher ganz schnell... Oder muss ich... Ich muss ja gar nichts mehr craften, oder? Okay, dann würde ich sagen, es geht los in 3, 2, 1. Okay. Okay, GG. War eh klar. Ja, aber wieso hattest du so schlechte Ausrüstung? Tut mir leid, ich habe dir sogar Eisen gegeben. Du hättest noch was craften können. Okay, Thomas, ich muss jetzt kurz weg. Okay, Leute, ich würde sagen, wenn er weg muss, dann verabschiede ich mich jetzt auch von euch. Und ich würde sagen, das war jetzt eine ziemlich krasse Runde Endergames, vor allem den vorletzten Kill, den fand ich... Was war das überhaupt? Er war... Das Lustige ist, er war sogar hinter mir und konnte mich hitten, war Känguru, hat mich mit einem Tierschwert gehittet, ich habe mich umgedreht und pam, 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 habe ich ihm in die Fresse gegeben. Und ja, Leute, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, da würde ich mich sehr freuen. Und ja, könnt auch gerne einen Kommentar lassen, wenn ihr Bock habt. Und ich würde sagen, tschau, sen.